Raps Raps ist eine hellgelbe Blüte, das als Gemüse in China verzehrt wird. Raps wird vor allem für seine ölreichen Samen angebaut. Das ist die drittgrößte Quelle von Pflanzenöl in der Welt, und der weltweit zweithäufigste Quelle von T-Protein. Raps produziert große Mengen an Nektar, das zu Honig von den Honigbienen umgewandelt ist. Raps wird zur Herstellung von Tierfutter und pflanzlicher Öl für den menschlichen Verzehr gezüchtet. Das Nahrung ist vor allem für Rinder, Schweine und Hühner eingesetzt. Raps Öl wird als Dieselkraftstoff verwendet, entweder als Biodiesel, für die Stromversorgung Kraftfahrzeugen. Die Weltproduktion wird geschätzt 70 Millionen Tonnen pro Jahr. Die größere Anbauländer sind die Europäische Union, Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und China. Die größere Anbauländer sind die Wegverschätzt nicht in der Welt.